Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, ich bin die Lili. Und ich bin die Laia. Wir zeigen euch heute, wie es bei uns jeden Tag abläuft. Ich gehe schon mal Estella aus der Box holen. Nein, das wollte ich doch machen. Dann hole ich die Estella jetzt raus. Aber du hast doch nicht das Halfter. Dann gib mir das blöde Ding doch endlich. Nein, zum hundertsten Mal. Jetzt gib das Ding endlich her. Nein, lass mich das machen zum hundertsten Mal. So, dann gehen wir jetzt endlich raus. Nein, ich bin doch noch gar nicht fertig. Aber ich habe sie rausgeholt. Das heißt, ich darf auch putzen. Wie? Und ich darf gar nichts machen hier. Na, danke, dass du mir die ganze Arbeit gemacht hast. Dann kann ich ja jetzt reiten gehen. Genau, ich habe die ganze Arbeit gemacht und du willst jetzt reiten. Tschüss dann. Sag mal, spinnst du? Du gehst jetzt runter. Ich bin dran. So, ich reite jetzt. Hey, was machst du da? Sag mal, du hast so einen Knall. Sie sind recht. Was glaubt denn die eigentlich? Nichts machen und losreiten wollen. Sag mal, wie soll denn das gehen? Sie lässt mich nichts machen und reiten darf ich auch nicht. So geht das nicht. Wie ihr seht, das ist das Exal von Schwestern. Man hat es nicht leicht. Also dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.